Am Schatten hat sie die Bestie wohl getötet, also wir haben es nicht gemacht, aber... ...dass uns mit einer Passion so großartig, dass ihr mindst auf diese questen könnt. All diese Zeit, ich wollte dich von den Trouten, das würde ich nicht mehr so viel zu tun haben. Aber du hast doch immer noch niemals gegründet. Okay, der Schatten war eigentlich gar nicht böse, sondern er hat uns auf das vorbereitet. Was wir noch machen müssen, also er hat ja gesagt, dass hätte er uns nicht so getriezt oder uns Hass eingepflanzt, dann hätten wir unser Leben schon lange aufgegeben und wären überhaupt gar nicht weitergegangen. Da ist das Tor, da waren wir nämlich schon mal, da wurden wir nämlich auf einmal runtergeschleudert, weil unser Schwert kaputt gegangen ist. So, jetzt wollte ich nochmal kurz gucken, ob hier irgendwelche Ruhen sind. Aber das ist nix, also ab geht's, die Leiter hoch. Mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Bam, 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 bam. Ich komme. Hell, Königin des Todes. Der Unterwelt. Wir kommen. Sei vorbereitet. Ist das nun die Frage, da hoch oder? Hier können wir wahrscheinlich nicht rüber, ne? Es hat zwar gespeichert, aber... Die Brücke ist zerstört, genau. Aber wenn ich es hier gespeichert, dann ist es meistens immer der richtige Weg, also da, wo es... ...speichert. Ist meistens der richtige Weg. Da rum. Treppe hoch. Es hat auch schon ein bisschen so ein Flair von, von God of War, ne? Also wenn man so mal schaut hier, mit den riesen Ketten und das alles ist schon... Da ist der Ausgang. Wahrscheinlich. Ja, wir müssen da rüber. Das ist keine kaputte Brücke, da ist wieder mit dem Spiegel, ne? Da müssen wir erst mal schauen, wie wir diese reparieren können. Da muss man halt immer seine besondere Sicht. Wo ist hier? Gar nix. Von hier geht's nicht. Hm. Wir müssen auf alle Fälle mit dem Fokus diese Brücke reparieren. So, dann schauen wir mal hier oben. Ah, hier ist sie ganz. Oder fast ganz, sagen wir es mal so. Okay, von hier oben ging's. Ah, da fehlen immer noch ein paar Teile, ne? Aber ich glaube, da können wir rüber springen. Nein, können wir nicht. Hm. Ach so, von da oben. Für dieses Stück. Warte mal, wir versuchen von da nochmal. Also wir müssen jetzt mehrere Bruchstücke zusammenbauen. Die Kluft war doch etwas zu groß. Okay, ich kann aber nichts machen. Hm. Hier oben war ja bloß dieses Ei, ne? Ja. Hm. Okay. Mal schauen. Das ging ja auch nun so hier rein, ne? Man konnte nicht. Irgendwie. Auf alle Fälle sind die beiden Schluchten zu groß. Sie kann da nicht rüber springen. Kann sie hier hochklettern? Ne. Natürlich nicht. Ach, guck mal, hier ist ein Rune. Na, die geht ja nicht mal auf. Es wird ein schreckliches Winter, in drei Jahren lang. Dann, die Menschheit wird sich auf sich selbst verletzt. Brüder werden sich mit einem anderen zu sterben. Und die Leute werden vergessen, was sie ihre Kindred verletzt. Die Zeiten werden sehr schwer. Die Krieg werden sehr großartig. Es wird eine Zeit von axen und schwarzen. Die Wind werden durch die Abandone geflogen. Wolfen werden wo die Kinder spielen. Jetzt kommen wir nämlich langsam zum Untergang der Götter, also zum Ragnarök. Da, der Weltenbrand. Da ist eine Höhle, aber... Okay, man kommt nicht mehr zurück. Es muss hier irgendwo sein. Wir müssen mal schauen. Das sind alles kleine Bruchstücke, ne? Hm. Sie kann ja da nicht rüber. Nee. Okay, es muss irgendwie einen Weg hier geben. Wir kommen der Sache schon näher. Wir kommen der Sache schon etwas näher. Okay, dann gehen wir mal diese Treppe da hoch. Wir sind ja von hier gekommen, also von rechts. Jetzt gehen wir mal hoch und schauen mal, was wir da machen können. Irgendwie muss es ja weitergehen, also... Von daher, wir müssen einfach nur den Weg finden. Und hier haben wir auch gleich noch eine Rune, also sind wir schon wieder auf dem richtigen Weg. Die Götter werden, also die Götter und die Götter, die sie auf der Ragnarok fliegen. Die Götter werden die Hörstung sparen, das kann man über den ganzen Welt hören. Und Odin wird mit dem severen Hörstung von Nimear, das erhältlich guter Handeln. Die Land der Götter werden mit dem Hörstung der Armee auf dem Weg. Die Götter werden auf der Götter werden. Die Dwarven werden die Stürmer verlassen. Die Götter werden von der Böden kommen. Die Metgörd-Serpen werden auf die Wäste. Oha, also ich rieche, wir sind kurz vorm Ende. Wir haben noch zwei Runen, die wir finden müssten. Und dann ist auch fast alles voll, der Kreis. Also wir haben schon ein paar verloren, also wir haben schon ein paar vergessen, aber wir sind auf alle Fälle kurz vorm Ende hier. Okay, so lange kann es eigentlich nicht mehr dauern. Aber mal sehen, was uns noch erwartet. Hier sieht schon wieder sehr komisch aus. Auch sehr unheimlich. Mal schauen, da ist ein Gang. Ach, jetzt sind wir hier oben, was wir vorhin gesehen haben. Das ist gut. Jetzt müssten wir eigentlich die eine Ebene sehen können. Genau. Ah. Geschafft. Jetzt müssen wir bloß noch das andere finden, ne? So, hier geht es nicht runter, hier auch nicht. Die Ketten kann man auch nicht runter. Okay, dann wieder zurück. Dann muss es aber auf der anderen Seite auch noch einen Gültiggang geben. Oder hinfällt es irgendeine, ja, irgendeine Vertieferung, wo wir halt durch können. Oder höher können. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal kämpfen. Das ist der geilste Move, ne? Also der macht die wirklich alle kalt. Einmal so mit dem Schlag und dann... Ja, da hat er sich wieder unsichtbar gemacht, weil er nicht anders kann. Weil es ein Lappen ist. Jetzt lass mich mal hier raus aus der Scheiße. So, das war's. Das war der letzte. Wir werden fast wieder verreckt, aber okay. Wir haben es trotzdem noch gepackt. So, ah, was ist das denn? Ist das denn noch? Nein. Kein Durchgang. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Ah, wir sind auf dem richtigen Weg auf alle Fälle. Wir haben nämlich, wir haben ein paar Gegner ausge... Also, ja, getriggert. Sagt man ja, wenn man ein Event oder eine Aktion auslöst. Weil vorher waren ja keine Gegner da. Jetzt waren sie dann, nachdem wir zurückgekommen sind. Also sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Ja, was wird sie hier da geben, ja? Du kannst ihr bloß dein eigenes Leben wahrscheinlich geben. Nein. So, es hat wieder gespeichert, okay. Also sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Es ist natürlich die Frage, jetzt müssen wir irgendwie... ...das von der Seite sehen, ne? Wir haben... Von da oben haben wir das gesehen. Es ist ja bloß die eigene Seite. Es muss da sein. Sie können sie in Ragnarok sehen. Sie ist ein Warrior. Sie ist ein Warrior. Sie hat sich in Ragnarok gesehen. Sie hat sich in Ragnarok gesehen. Sie hat sich in Ragnarok gesehen. Oder wir kommen da rüber jetzt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt rüberkommen. Mhm. Sehr schwer zu sagen hier immer. Der Spalt sieht eigentlich gar nicht so groß aus. Vielleicht kommen wir da rüber. Da oben ist ein Eingang. Von da aus sehen wir dieses hier. Okay, da oben müssen wir lang. Aber die Kette können wir wahrscheinlich nicht... Wir können die Kette nicht runter, oder? Die Kette ist da oben irgendwo. Ich glaube nicht, dass was von der Kette geht. Wir müssen einen Weg finden. Die Tür ist ja zu. Meines Wissens. Also wir haben es schon mal versucht, aber die ist wirklich zu. Es muss hier irgendwo einen Eingang geben. Nichts. Kann auch nichts runterklettern oder sonst dergleichen. Hm. Ist auch kein Weg. Wie kommen wir jetzt da oben rin? Hm. 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 Ich weiß nicht. Oder müssen wir weiter nach unten? Aber das kann nicht auch... Das kann auch nicht sein. Okay, es könnte natürlich auch irgendeinen Gang darüber... Hm. Der ist so blöd. Der macht schon wieder. Der speichert auch wirklich immer, ne? Da hinten, das ist... Und das ist die Kette. Es gab ja keinen anderen Weg, oder? Gab es hier noch irgendwie was? Oder irgendeine Treppe? Vielleicht haben wir auch irgendwo eine Treppe übersehen. Es muss irgendeinen Weg geben, da hoch. Wir werden hier nochmal hochgehen. Ich glaube nicht, dass nochmal Gegner kommen werden, aber... Wir sollten auf der Hut sein. Da war der Weg. Sonst gibt's keinen Weg hier. Hm. Hm. Gibt auch keine Treppe. Es gibt nichts, auch keine Treppe hoch. Ach man, wie kommen wir da drüben jetzt hin? Wie kommen wir da hin? Nee, da kann ich hier... Dings nicht... Oder kann sie hier runterspringen? Hier ist doch ein Weg. Nee. Also hier kann sie nichts machen. Hier ist auch keine Treppe oder sonst dergleichen irgendwie, wie wir hochklettern könnten. Nichts zu sehen, nichts zu machen. So. Gibt es hier noch ein bisschen was, aber... Man kann auch keine Facke nehmen oder so, dass man irgendwie hier Licht macht. Nichts. Nichts. Nixus. Nur ein paar Ketten, aber da kann man ja auch nicht ranklettern und dann hoch geht ja auch nicht. Also hier ist definitiv kein weiterkommen. Hier kommen wir nicht irgendwie auf die andere Seite oder sonst dergleichen. Es muss also irgendwas da hinten sein. Vielleicht übersehen wir auch einfach nur irgendwas. Oder ich vielmehr, ne? Also hier schaut ihr nur zu, aber... Man kann ja auch jetzt schlecht fragen, ey, Kommentare hier. Wo geht's denn hier lang? Wir müssen uns alleine rausfinden. Oh, keine Treppe, ne? Nichts irgendwie... Dass man hochklettern könnte. Speichert hier wieder. Wir sind ja auch gleich raus und dann sind wir die Treppe hochgegangen, ne? Das war aber auch nichts anderes. Wir sind da unten rausgekommen und dann... Hm. Okay, er speichert immer hier. Wurde mal, wenn da war... Das kann ja möglich sein, dass wir hier irgendwas machen mussten. Das aber nicht gemacht haben. Wisst ihr, dass da hinten einfach ein Durchgang ist? Dass man da einfach durchlaufen kann. Wir werden nochmal hier runter. Ja, runterfallen kann sie schon mal nicht. Ja, sieht nämlich da aus, als wenn es irgendwie da einen Durchgang geben würde. Und hier war ja auch nichts, ne? Hier war auch nur... Hm. Ach, man kommt nicht mal mehr zurück. Okay, der Durchgang ist auch weg. Also man kommt nicht mal mehr zurück. Da, wo wir an der Wand langgelaufen... ...oder langgeschlichen sind... ...der Durchgang ist weg. Somit kann es nur da vorne irgendwas sein. Es muss irgendwas sein. Wir übersehen irgendwas. 100%ig. Wir übersehen wieder irgendwas. Und daher ist es wieder total simpel, weil es genau um der Ecke war. Es sieht nämlich so aus, als wenn wir irgendwas zusammenbauen müssen, dass wir da hinten durchkommen. So sieht es hinfalls aus. So, von hier nochmal gucken. Ah, es fehlt irgendwas. Da fehlen auch... Ah, da sind sogar noch zwei Bruchstücke. Auf alle Fälle ist es da hinten irgendwas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.